Ich bin kein Däger in die Trifel. Ähm, ja genau. Da ist er noch rausgekommen. Da zweifle ich nicht dran. Das finde ich voll realistisch und so, ne? Ich bin kein Problem. Ich bin nur ein bisschen schneller. Und als er sich verletzt hat, ich wollte ihn wissen, was er von Roscoe Bob Bryant zu wissen. Ich bin kein Problem. Ich bin nur ein bisschen schneller. Ist das, was das geht? Bob ging mit Butch in Sundance in Südamerika. Du hast ihn nie gefunden. Das waren seine letzte Worte. Ich bin kein Problem. So. Ähm, Kopfschuss. Mal wieder das Beste. Und das Gewehr ich am meisten verwendet. So, uh, Bob Bryant got away? Ich wusste, dass ich ihn nie in Südamerika finden würde. Und was für den anderen Gewehr? Ja, du hast ihn überlegt. Ja, du hast ihn. Ich habe ihn nicht lange nach meiner Showdown mit Ringo. In der Zeit, er war mit der James Younger Gang. Ich habe mich nicht zu sagen. Ich habe mich nicht zu sagen. Und was ich nie wusste. Jesse James? Der größte Aulderunner, der immer noch nie war? Jesse und seine Kinder sind mit Quintrell, wenn er in Lawrence, Kanzas, und hat über 200 Leute geschah. Ja, das ist nichts toll. Und da hier, er und seine Brühe Dann die nächsten. In einem Zug. Das hat mir extrem viel gebracht. Du willst nicht mit uns schlafen! Warte mal, wie haben sie dieses Train im ersten Platz stoppt? Die James-Jahre waren Experten daran. Nur mit Adventskraft. Auf jeden Fall! Tschau! Warte mal, schieß mich kurz, ich werde mich raus. Ach so, du schießt mich. Weil mit den Tasten geht das bestimmt schöner. Die James-Jahre-Gang wurde decimiert nach dem kleinen Fiasco in Nordfield. Das ist so schlafen. Das ist so schlafen. Ich finde das alles ein bisschen schwer zu schlafen, Freund. Vielleicht musst du es mit ein bisschen Whisky洗eln. By the way, habe ich gesagt, dass die Tasten fliegt nach den Straßen wie ein Bad in der Höhe. Komm her! Komm her! Das stimmt! Run! So No problem Ja Hier komme ich weiter, weil ich tut es und so ne Oh, hier geht es hoch, oh Gott Ganz ehrlich, oh Gott Oh Gott, da habe ich jetzt gleich ein bisschen in mein Mikrofon geblasen Wird wahrscheinlich ein bisschen was vor euch geben Oder nicht und ihr könnt euch glückliche Schätze Und ich bin hier für ein paar Spiele He 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 Right through there Let me show you Ich habe nie so viel malarke in meinem Leben Uh, du denkst, dass er uns blöden ist? Du denkst, dass er Silas Greaves ist? Ich denke, dass er nur ein altes Brunnen Looking für etwas freer Licker Ich weiß nicht, Jack Ich glaube, ich glaube ihn Du denkst, dass er Jesse James hat? Oh, du denkst, dass ich mich überrascht Das Geschichte macht überhaupt nichts Sinn Ich glaube, du denkst, dass du zwei Bricks Shorten der Lose zu glauben, dass diese Geschichte Ich glaube nicht Ich glaube nicht Jack, du denkst Du denkst, dass der der altes Brunnen mit Jesse James Well, das ist besser Ich habe gesagt, dass dieser Gym war mit der Infame Bell Star Natürlich, ich habe das nicht gelernt bis später Anyway Ich habe mein Weg weiter wie ich konnte über die Seite über die Rüfte über die Rüfte Bei einem Moment ein bisschen hat mich gesehen und hat gesagt Es ist ein Pankertus Es ist ein Pankertus Es ist ein Pankertus Es ist ein Pankertus Nun, ich habe nie gearbeitet für diesen Limey Aber ich denke, dass sie ich war ein von seinen Asasins Es ist Es ist schrecklich Die alten Bastards Feuerbombe Jessi's Mother's House und hat seinen Stepbrother Es ist kein Wunder dass jeder der Arschluss auf dem Train wollte mich tot Es war eine rickerte und ziemlich precarisch Was? Was? Warum? Ach so Was? Ich glaube nicht Ich glaube nicht ich will den So, genau Hier ist das Ende Ach ja, zum Glück Bin ich so unglaublich schlau Ich glaube nicht Verwalt 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 Okay, he's next now. Was ist das? Ich werde dich erzählen! Ähm. Ah. 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 Oh, okay. Ich wollte nicht die Schuhe durchraun, aber... Was ist gleich noch was? Ich muss doch gar nicht Ist ja auch so gut LOL Okay Dann bin ich das falsch angegangen Runter geht auch runter auch hier Ja das ist so gut gar nicht gefährlich hier Get out Get out Get out Get out Get out